Hey ihr Lieben, ich bin Lisa von Beachinspector. Hinter mir seht ihr den Playa Diego Hernandes im Südwesten von Teneriffa gelegen. Hier habt ihr eine wirklich tolle schöne Sandbucht mit schönen Felsen, mit feinem Sand, auch bei gutem Wetter eine tolle Aussicht bis nach La Gomera rüber. Das Strandbild wird hier überwiegend geprägt von einigen Hippies, die sich hier in der Bucht angesiedelt haben. Das heißt FKK baden wird hier auch groß geschrieben, muss aber natürlich nicht. Es ist eine sehr entspannte, lockere Atmosphäre. Der Weg hier ist etwas beschwerlich eventuell, ein kleiner Trampelfahrt, etwa 15 Minuten. Daher nicht ganz so für Familien mit kleinen Kindern geeignet, aber trotzdem für jedermann, der hier mal abschalten will, einfach die schöne Aussicht, die Umgebung genießen, ein perfekter Strand.